SOMEBODY LOVES ME Die größten Liebesgeschichten aller Zeiten. Exklusiv bei Passion. Sein Leben gehört der Kirche. Warum rührst du so an mein Herz? Warum nimmst du den Platz ein und nicht Gott? Doch sein Herz gehört nur ihr. Was tust du mir an? Was würdest du mir antun, wenn ich dich ließe? Eine junge Frau, die kämpft. Du weißt, er ist Priester. Eines Tages wird es nicht mehr sein. Pater Ralf wird Bischof. Wer weiß, ob er jemals nach Australien zurückkehren wird. Ein Priester, der mit sich ringt. Ich habe alles versucht, sie mir aus dem Herzen zu reißen. Es ist unter Zeit, dass sie sich dem stellen. Doch wie viel Sehnsucht kann ein Mensch ertragen? Ich weiß, wie weh ich dir getan habe, aber ich liebe dich. Du hast doch gar keine Ahnung, was Liebe wirklich ist. Verzeih mir. Nicht noch einmal. Die Dornenvögel. Freitags 20.15 Uhr. Exklusiv bei Passion. практиinen. Entschserie. Ja. Hönt.